halli hallo mein lieben guten morgen herzlich willkommen hier bei freest orage und human energetik willkommen zu einem neuen adventskalender türchen ich werde jetzt das in zukunft so machen ich kürze die orage ein bisschen mehr ab weil manchmal war das ja doch ganz schön lange so mit 20 minuten und da habe ich mir so gedacht nee komm die machen wir mal ein bisschen kürzer dafür werden ja die nachmittag orage oder die abends orage dann ein bisschen länger genau so machen wir das aber manche die wollen halt dann vielleicht auch ganz schnell früh aufarbeiten die wollen da nicht noch 20 minuten hier ein orage hören oder so manche hören vielleicht auch erst nach der arbeit orage es kann natürlich auch sein so das dritte advents türchen und da schauen wir jetzt mal rein wer hat denn gestern gewonnen sagen wir jetzt mal so wir haben ja jetzt schon zwei türchen gezogen und heute kommt das türchen für den dritten dezember und ich mach das heute mal alleine ohne meine kleine maus da ist jemand rausgefallen okay also die person wollte ganz schnell raus hier die person wollte ganz schnell raus ist gerade voll rausgeschnipst ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt wir hatten heute gewonnen die jana bärens die hat das dritte adventskalender türchen gewonnen und du bekommst warte jetzt muss noch mal gucken was hier auf meinem zettel steht eine seelenbotschaft von einem lieben menschen ja das ist eine seelenbotschaft die geht per bild und sprachnachricht das ist zum beispiel zwei bis vier minuten lang ja da bekommst du eine sprachnachricht und da wird dir ein ganz lieber mensch etwas übermitteln du kannst natürlich wegen eines gegenübers fragen du sagst mir ganz einfach von wem möchtest du die liebe seelenbotschaft haben und das kann jetzt auch von jemand sein aus der familie oder bruder oder ein freund oder wie schon gesagt ein herzens mensch dein kind wie auch immer und von dieser person kriegst du eine seelenbotschaft von mir okay ja ja melde dich gerne bei mir über whatsapp oder über meine e mail adresse und dann können wir natürlich hier auch etwas ausmachen wann ich dir die seelenbotschaft fertig mache kann man termin machen okay die jana tun wir mal hier her und jetzt gucken wir mal den vierten dezember rein was heute aufs kollektiv zukommt und ihr habt wieder die möglichkeit unter dieses tagesorakel die nummer vier zu posten ja die zahl vier um dann in den losstopp für morgen früh mit rein zu kommen da los ist dann wieder den nächsten gewinner aus so also was kommt denn heute aufs kollektiv zu den vierten und da haben wir hier erst mal das leben nehmen wie es kommt na also mir kommt heute so eine energie rein dass man heute so ein bisschen durch den tag trifft durch den montag weißt du da habe ich gerade so ein bild von mir mir wie man noch so richtig verpeilt und verpennt und verschlafen ist und dann auf arbeit gehen muss und dann wie so eine batterie funktioniert ja also irgendwie kommt mir so bild rein und ja du sollst ganz einfach das leben heute nehmen wie es kommt und dann haben wir hier schon wieder mit dabei das war jetzt erst im wochenorakel das könnt ihr euch ja noch mal angucken kronenspiele integrierer machtgebrauch und da geht es um eine manipulation und sowas ja es geht hier um spiele vielleicht spielt hier jemand mit dir auch das kann das sein und mir kam gestern da schon rein und heute auch die spiele mögen beginnen also irgendwie geht es hier um etwas entweder spielt mit dir jemand hier oder es geht darum dass hier jemand macht hat und diese macht vielleicht auch hier gegen dich so ein bisschen anwendet auch das kann das sein na ja ja das ist also so ein kleines manipulations gehabe also das spielt jemand mit seiner macht würde ich hier mal sagen und da gucken wir jetzt mal rein ich ziehe ich ziehe jetzt hier drei energien ne vier energien ziehe ich jetzt raus eins zwei drei vier ich will nämlich nicht mehr so viele rausspringen lassen im tagesorage weil das sonst wieder ewig und drei tage dauert gern so ja es geht schon mal um wachstum in einer angelegenheit dass man hier etwas gepflegt gehegt hat dass da wachstum reinkommt und hier ist auch eine chance etwas stabiler zu machen die chance auf neu anfangen man zieht sich immer noch so ein bisschen zurück und konfrontiert sich hier mit einigen dingen damit man hier in etwas den sieg einfährt ja weil ich sehe es geht jetzt darum hier mit etwas rein zu geben in eine sache wo du wieder mehr freude erlangt hier war nämlich eine enttäuschung gewesen vielleicht hatte sich jemand davon geschlichen und jetzt macht man sich auch zum ziel vielleicht auch mit diesen menschen so und da ist die karte gleich abgehauen auch schon wieder den tod okay da möchte ich nachher mal ein paar klärungskarten auch die fünfte kälte wieder mit dabei die hat man nämlich auch schon im wochenurakel oder im tagesurakel sogar gestern zeig mal ich will mal hier wissen was ist mit dem tod ah das ist gut und die fünfte kälte ui da ist auch vier rausgefallen jetzt jetzt müssen wir mal gucken da sind vier karten rausgefallen meine güte ich glaube das war doch ein bisschen länger okay okay gut wird mir schon alles reingegeben wir sehen hier in einer angelegenheit noch einen mangel wo du nicht mehr weiter wusstest und das hatte mit gefühlen zu tun ja okay nehmen wir das so an hier nehmen wir das wachstum heute und hier sehe ich es wird jetzt endgültig was beendet hier war irgendwie so eine teuflische sexuelle energie mit drin oder irgendein manipulations gehabe vielleicht war hier noch eine falsche person die so ein bisschen hier mit reingespielt hat in eine sache und diese geht jetzt raus das wird beendet davon wird man sich abtrennen das wird man ja das findet natürliches ende jetzt und jetzt kann man hier in die vereinigung gehen hier ist eine wiedervereinigung mit den menschen guck mal wir haben jetzt wirklich schon drei tage am stück diese zweite kälte energie drin wo man wirklich die harmonie die sicherheit die wiedervereinigung mit jemandem hier drin haben das ist jetzt wirklich der dritte tag wo wir das am stück haben auch das hatten wir gestern mit dabei und ich habe die karten gut gemischt heute ich habe sie ja noch für das wochenoragel genommen ja und ich sehe man ist hier trotzdem noch in einer traurigen energie vielleicht war hier so eine traurige energie gewesen und du bist hier die königin der stäbe du bist sehr sehr leidenschaftlich verführerisch und du hast hier irgendwie so einen schweren rucksack mit dir rumgetragen ja mit den zehn der stäben ist das die zehn der stäbe ja die zehn der stäbe ne und das kann hier mit gefühlen gewesen sein zu einem menschen vielleicht war hier so ein gewisser menschen entlast auch für dich ja das kommt mir auch rein und da kommt jetzt die fülle in der liebe mit diesen menschen rein wow sehr sehr schön also wenn das heute wirklich so eine energie in der liebe ist dann wird hier das manipulative rausgehen das wird hinter sich gelassen und was übrig bleibt sind die zwei der kelche und halt diese traurige energie was sich immer so extrem belastet hat ja und man macht sich jetzt auf in die gefühle hier ist die fülle und hier kommt auf jeden fall jetzt eine bewegung rein in diese situation so wenn es um berufliche themen geht dann sehen wir dass hier ein wachstum reinkommt entweder ist hier was neues vielleicht auch etwas stabiles was dir mehr einbringen wird du konfrontierst dich mit inneren dingen damit du an dein ziel kommst im moment haben wir noch halt diesen mangel der dich hier noch nicht weiter wissen lässt aber du benutzt jetzt hier mal deine gefühle mit dazu ja und du verschaffst dir hier auch klarheit warum hier eine situation stagniert und das du beendest das dieses besessen ist so ganz einfach diese sucht ich muss das jetzt tun ich muss das jetzt unbedingt machen hier ja und dadurch findest du wieder in die zweite der kelche in deiner sicherheit in deiner harmonie auch im beruflichen und du warst hier wie gesagt in einer traurigen stimmung gewesen weil dich das alles so belastet hat vielleicht hatte ich noch irgendwas belastet in den gefühlen und das hat vielleicht auch mit einer gewissen fülle zu tun vielleicht wolltest du einfach hier mehr haben und um jeden preis wolltest du das haben und hast alles versucht was niedergeschlagen und jetzt machst du dich auf ja auf in der wachstum heute ne auch das kann das sein so jetzt habe ich schon wieder viel zu lange gequatscht hier okay ich ziehe eins zwei drei vier Tagesenergie so das zeigt sich mir der Reiter es werden Aktionen gemacht aha man wollte vielleicht auch Aktionen machen sich von den Menschen zu trennen ne davon bewegt man sich irgendwie weg und man richtet sich hier auf diesen Menschen aus ja und irgendwie hat dich dieser Mensch wahrscheinlich auch immer wieder enttäuscht du hast das Gefühl gehabt der hat dich belogen oder sie hat dich belogen ja und dir war halt vieles undladen hat dir Kummer gemacht ne du hattest Sehnsucht du hattest Kummer du wolltest diese Sehnsucht beenden ne hier war irgendetwas blockiert so ein bisschen diese Harmonie hier und du schaust jetzt hier innerlich auf neuanfang mit diesen Menschen auf mehr Tiefe ja und oh wir sehen hier kommt die Verbindung aber ähm die Verletzungen gehen da aus dieser Verbindung wahrscheinlich raus ne wir schauen aber mal weiter da brauche ich jetzt noch eine Klärungskarte komm da brauche ich jetzt noch mal eine Klärungskarte was ist hier mit den ähm mit der Sense ah gut 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 ne gut Knut also du gewinnst hier an mehr Klarheit heute es geht noch um Entscheidungen in einer Verbindung mit einem Menschen da waren Verletzungen vielleicht auch gewesen aber du schneidest dich jetzt hier von diesen Verletzungen ab ähm von dieser Unruhe die die ganze Zeit da mit drin war weil wir haben hier die Gefühle ne also irgendwas kann hier noch entweder erntet man jetzt endlich mal die Gefühle mit dem Glück und das ganze hat Hoffnung oder ähm ja irgendwas kann hier noch ab und zu verletzen mit der Sense ne weil es halt so unruhig ist ne und ähm vielleicht kommt aber auch ein neuer Abschnitt ein kompletter Abschnitt dass man sich von dieser Unruhe so abtrennt und dass dann das hier übrig bleibt ja auch das kommt mir so rein ne du du erntest jetzt mehr Glück diese Verbindung hat Hoffnung man erntet Gefühle von diesen Menschen die Unruhe geht weg die geht raus so jetzt kommen wir zu den beruflichen und behördlichen noch und da sehe ich hier macht man wirklich Aktionen ähm die mit äh entweder mit einem Ende zu tun haben mit einer Trennung im beruflichen ähm weil es hier vielleicht auch noch um eine Person geht vielleicht richtet man sich jetzt auf diese Person aus ähm weil hier weil man hier immer irgendwie enttäuscht wurde ne hier war einiges unklar der Kummer und äh die gewissen Blockaden die da waren und man trifft hier noch eine Entscheidung für mehr Klarheit vielleicht hast du auch im Wunsch dich davon etwas zu trennen es nagt nämlich hier an deine Freude im beruflichen ja und das äh ne und daran liegt das und es kann sein dass man ähm ähm sich heute hier von einem Vertrag verabschiedet ne es kann sein dass du vielleicht auch eine Kündigung hier reingibst ne damit diese ganze Unruhe hier einfach jetzt mal raus geht aus deinen Gefühlen aber es kann durchaus sein dass hier noch etwas Finanzielles ist was so ein bisschen die Kerbe rein schlägt aber ich kann dir sagen da kommt trotzdem das Glück rein ne also das hat trotzdem Hoffnung hier in dieser Angelegenheit ja ähm vielleicht geht es auch noch um irgendwelche Finanzen hier das kann natürlich auch sein mit ähm für andere wenn da jetzt eine Scheidung ansteht eine Trennung von einer Partnerschaft Ehe dann äh ne wird das ganze erfolgreich damit die Unruhe hier mal raus geht aus der ganzen Sache man kann endlich endlich hier die Scheidung die Trennung einreichen und es geht dann noch um finanzielle Themen hier ne auch sowas kommen wir da mit rein ok ähm wo habe ich denn hier meine Karten ok die haben wir jetzt hier nicht parat ähm ich gebe euch mal hier noch was mit aus dem geilen Scheiß des Glücklichseins komm da nehmen wir mal noch eine Karte mit so was wird denn hier gesagt aus dem geilen Scheiß des Glücklichseins oh zu viele Nee, bitte nicht. Ach komm, die nehmen wir jetzt, was soll's. Also, das ist wichtig heute. Es gibt eine Wahrheit, die sich in deinem Inneren verbirgt. Und sie lautet, du verdienst all das Schöne, was das Leben bereithält. Du verdienst das Beste. Die nächste Wahrheit ist, und was, wenn es gut geht und all dein Mut belohnt wird. Nichts passiert, worüber du dir den Kopf zerbrochen hast. Du Freude dabei hast, es noch besser wird, als du gedacht hättest. Vielleicht solltest du einfach mal mutig sein, auf dein Inneres hören. Dir einfach mal sagen, ja, ich verdiene hier all das Beste. Vielleicht kommt es gar nicht so, wie ich mir die ganze Zeit immer ausgesponnen hatte. So negativ, diese ganze Sache. Ob das jetzt mit Behörden, mit Arbeit, Liebe zu tun hat, ist völlig egal. Und hier ist die Liste an Dingen, die du tun musst, damit dich jemand liebt. Erstens, gar nichts. Okay, komm, eine Rune noch und dann sind wir fertig hier. Welche Rune begleitet uns durch den wundervollen Montag und Schontag, der eigentlich immer ein stressiger Tag ist? Und das ist die Mannas. Und da haben wir hier auch zweimal die Wunjo, Freude, Hoffnung, Glück, man reicht sich die Hände. Also hier, die Mannas, die sagt ja auch immer, komm in die Handlung rein. Geh vielleicht auf jemand anders zu. Aber mit glücklichen Gefühlen, mit guten Absichten, ja. Okay, gut, sehr, sehr schön. Es geht da auch darum, dass man harmonische Beziehungen miteinander lebt. Ja, dass man sich einfach jetzt mal die Hände reicht und sagt, komm, wir machen das schon. Das wird schon alles. Okay, mein Lieben, jetzt habe ich wieder gewackelt hier. Dann wünsche ich euch mal noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Einen schönen Montag und ihr bekommt dann später noch die Nachricht vom Herzensmensch. Ciao, ciao.